Guten Tag! Guten Tag! Seemann Upshot Und Seemann Ulo Meine Hand ist voll verkrüppelt Bei Spieltrieb und ähm Bei F1 ist es viel epischer Meine Hand ist verkrüppelt Drück F1, episch! Ja, ja, aber meine Hand ist verkrüppelt Ich tu mal kurz Reloggen Nein, 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 nein Bleib hier, bleib hier Ja, ja, ich kann Das ist meine Hand zu verkrüppeln, das ist voll ledig Ich werde ich mal rubbeln oder so Ich werde ich mal schrubben Naja, egal Passt schon, okay Ich nehme einfach eine Spitzhacke in die Hand, dann müsst ihr gehen Ja, okay Äh, wohin? Lol, dein Boot Höh, dein Boot! Ah, lol! Wie du da hinten standest und du, dein Boot einfach nur auf mich vorflussgefahren ist Ah, nur, tschüss, dann müssen wir jetzt hin Oh, hat du ein Noob Ja, ich shoote jetzt Oha, du Noob Ich werfe gleich einfach Wie viel Holz braucht man dafür? 1, 2, 3, 4, 5 Ich werfe gleich gleich Ich baue gleich Holz ab und werfe es weg So, oh, oh Wo müssen wir denn hin? Dahinter? Da? In die Richtung? Oder in die andere Richtung? Da, wo du jetzt hinfährst, ist richtig Also hier, warte Folg mir Ich folge dir Ja, Sternenhimmel, das ist so schön So richtig Ey, wie sieht das alles hier so gleich aus? Schon, ne? Ja Warte mal, kommen wir hier nicht her? Ich glaub von hier kommen wir, ne? Ja, doch, hier kommen wir glaub ich her, ja Ja Fahren wir einfach mal da hin Voll Gas, wuuu Pirates are free, you are a pirate Geht das nicht, kennst du das? Ups Oh Nanananananananana Are you a pirate? Ja, hier waren wir noch nicht Die Dinger abhaisen, ne? Es muss doch so Autos geben oder so Fahrräder Ich fahr hier durch den Sumpf Was für'n Sumpf? Oh, das ist'n Sumpf High Speed Oh, vielleicht kommt man hier mit dem Boot durch Oh, vielleicht kommt man hier mit dem Boot durch Oh, ich glaub hier ist er Kann man bloß nicht an die Dinger stoßen An die Seerosen Ah ne, hier ist es los, oder? Nein, doch nicht Oh, verdammt, verdammt, verdammt Oh, Seerose! Oh, ich hab die Seerose umgefahren, lol Sehr nice Oh, 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 da ist Greenfall! Nein, 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 nein Guck mal, das scheiß Gelände Ich bin hier weg Ich hab ne Seerose umgefahren Und hab's jetzt im Inventar Für's war witzig Oh, lol Noch einer Und? Ich fang sie, nein Drei Seerosen Komm her, komm her, komm her Komm her, komm her Komm her, komm her Witzig, dann ihn vorbeizufahren Jetzt kaputt zu schlagen Und dann aufzusammeln Warte mal, ich crafte mir noch Ich versiere ein neues Boot Das sind Schweine Ich glaub, ich tu mir eben die Schweine da schlachten Ich glaub, ich tu mir eben die Schweine da schlachten Ja, ich will nur eben die Schweine da schlachten Die Schweine da schlachten Und ich Fleisch hab Komm er eh nie wieder her Also da her Das ist scheißegal Ja Du schluck Stirb du Schau Ok Machst du dein Ding jetzt kaputt gemacht? Nein, bestellter Ok, ich komm jetzt zu dir, allerdings Schau Bistillern Bistillern Gittillern so anstrengend für ein Fett die so und damit das kommt er mit und kommt oder guck mich mal ab ich komme 1 2 3 4 die Tiete wurde überleicht bei der Stärkung zu gehen okay vollgas lacht auf mich naja ich tun wieder hier auch nicht dass das Holz jetzt auf seuch aus dem rumfahren aus dem rumfahren ich fahr hier wieder raus Uh, Lianen ich hab Angst, kommst du? Ich bin gerade fast wieder also wieder gegen eine Mauer gefallen Olianen, Olianen, Oseros, Olianen, Oseros Warte, soll ich die Holz in eine Crafting-Match geben? Ja, du brauchst mir nur eine Crafting-Box hinzustellen Okay, Holz hab ich Wasserfahrten sind so witzig Ich nehme mal zwei Boote, dass ich das gleich wieder neu machen muss Komm her, komm her, komm her Los geht's! Hallo Slime Hallo, Schwein Hallo, Scharf Hallo, Schwarzscharf Wohin? Dahinter? Warte mal vor Okay Okay Cause you are a Pirate Nanananananana You are a Pirate Also drehen, 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 drehen Backbord Kapitän Okay, jetzt bist du vorne Oh lol, wollen wir wirklich einen Sekunden? Ja, wieso nicht? Also ich meine jetzt wirklich übers Meer, oder? Ja, keine Ahnung, wo wollen wir denn hinfahren? Das macht nämlich grad so Spaß mit dem Boden Ja, irgendwie schon Dann lassen wir das hier absteigen, oder? Ja, okay Crash, 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 crash Warte, wiki, guck dir meine epische Aktion an Verdammt, ich wollte raus springen 舉 Skin stehen Oh, Sebastian's Itafurist Thank you Thank you Soле Tof,하지 Ja, Simon Oh, das geht Glaub ich campnen oder so Anringlich gebrochen Das geht auch weiter Guck mal hier, ah, Leute was das denn? Verrückt Ich würde die Kohle haben Olleu, guck dir mal das Gras an, wie das voll verpackt ist. Was für ein Gras? Ja, was da so auf den Erdblöcken ist. Ja, das muss doch so sein, oder? Nein. Das ist doch so eine komische Hölle. Eigentlich muss da ja Gras sein, damit da überhaupt Gras wachsen kann. Nee, das ist so, das muss so. Nein. Doch. Fährt weg. Rennt halt vor mich, ich kann das Ding nicht abbauen. Ah, du findest mich nie in dieser großen Hölle. Geht's doch noch weiter, oder wo? Nicht? Hier geht's vielleicht nicht mehr weiter. Nee. Nein. Not really. Not really, ich mag die Religion. Religion ist wie der Weihnachtsmann. Äh. Beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen, manche glauben halt an Gott, manche nicht. Glaubst du an Gott, Fickett? Nö. Ich auch nicht. Gehörst du ihm deiner Religion an, oder? Nö. Also katholisch, evangelisch? Nö. Ja, okay, ich bin katholisch, aber ich glaub trotzdem nicht am Kopf. Nö. Oh. Oh, hier gibt's Höhlen, Alter. Lass mal, da in die Höhle. Oh, lol. Lass erstmal darunter, gell? Oh, die geht hier tief rein, also noch. Oh, tief rein. Hier. Da steh ich draus. Boah, ach doch. Geh weiter, ich dachte schon. Oh, lol. Ich dachte jetzt gerade, es geht nicht mehr weiter. Ah, ich will das Iron haben. Ah, 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 ah. Aber hier hört's auf, oder? Hier, ja, hier hört's auf. Oh, lol. Was sind das für Kackhöhlen auf der scheiß Mapbank, ganz ehrlich? Ist ja echt auf. Ich hab ja gesagt, lass uns so eine neue Map ab. Ja, genau. Aber viele Tiere gibt's dafür hier und coole Berge und so. Ja, das stimmt. Und da, wo du baust, ist doch da raus. Aber dafür halt keine Höhlen und die sind ziemlich wichtig, also mein Kraft. Das kriegt man auch noch. Es heißt ja auch mein Kraft. Mein Kraft. Soll ich mal fies sein. Hey, fick dich. Oh, oh, ich schaff das noch, also klappt. Ich bin einfach so ein Pro. So, ähm. Äh, ich gehe gleich. Oh, man, das sind solche Kackhöhlen. Ich hasse dich, Höhle. Ich gehe mal hier hin. Komm ich gerne mit. Ich gehe auf der anderen Seite. Oh, hier geht's, glaube ich, weiter. Ja, dann gehe ich doch erst bei dir. Hier sieht's ganz gut aus. Erst mal das Iron hier mit. Also, das, was du für gut bezeichnest, finde ich nicht so gut. Geh's ja nicht weiter. Oh, man. Aber auf der anderen Seite sah das ganz gut aus. Oh, das war meine Zähne. Oder, nee, das war nur nicht bad. Noch, noch. Na, da wäre. Oh, das war's. Nein, da geht schon wieder raus. Oh, behindert. Egal, ich baue das hier mal alles ab. Wir sollen dann in unserem Spawn einfach mal runterbuddeln und dann in unserem Map da, also in unserem Haus, und dann da irgendwo in eine Höhle suchen. Also, das ganze Iron und so mit. Das ganze Ironöse. Und die ganze Kohlenöse. You are a pirate! Na, 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 na. Na, 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 na. Wo bist du jetzt? Ähm... Geht's da nicht weiter, Jungen? Ah, da bist du gerade dran. Das ist doch Kohle. Cool Kohle, schalala. Mann, ist das dumm, ey. Wir haben so viel Pech mit den Höhlen. Lass mal dahinter gehen. Wo hinter? Ich seh dich grad nicht, warte. Da muss ich wieder raus gло- килä psychopathisch passieren. Da, hier. Hier. Warte mal ganz kurz! Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. uin... Du bist jetzt seit Tagern anf llt? W карủ, wo jetzt ist dat? Da hier. Känse diesen Berg. So auss ди, szerんと Daily ... Da oben ist schon so'n Loch in der Wand. Was, wo fallen denn ich noch hier? Okay. Mal guck hier rechts da, was ist da? Waren wir da schon drin? Hier sieht's gut aus, komm mal her. Guck von oben. Komm mal her! Oh, ich bin da! Waren wir da auch schon? Ja, guck da, hier. Ähm... Hallo? Ähm, wo bist du? Hier oben. Da, hier, hier. Hier lang. Okay. Fick dich doch. Mann ey, was für... Schlappschwunzhöhlen, alles so'n Lappenhöhlen. Ja, aber vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Glück heute. Was ich nicht glaube. Oh, oder, oder? Oh, hier sieht's ganz gut aus, hier sieht's ganz gut aus. Wo bist du denn? Oh, da ist Creeper. Ah, da ist Creeper. Ah, da ist Creeper. Wo bist du denn hin? Ja, warte, ich komm zu dir. Zähl dich nicht. Ja, warte, ich komm mit draus. Da unten sehe ich deinen Namen. Ich komm her, ich komm her, ich komm her. Waren wir hier nicht schon drin? Nee, waren wir hier nicht. Cool. Uuuuh, hey, hey. Hier, links ist ein Creeper. Da ist Iron. Und ein Creeper. Da ist mal Iron. Aber ich hab kein Schwert, ey. Wo sind denn meine Sachen hin? Tja. Gehackt. Creeper? Oh cool. Bei dir. Zwei Stücke, das. Ah. Ah. Die mögen dich. Ich steh'n auf dich. Die Mucke ist jetzt geil. Müsst'n hin? Dahinter? Ich folge dich. Ich guck mal, ob's hier weitergeht. Und ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ich folge dir. Äh, nö. Ist auch nicht so gut? Nö. Ist da noch was irgendwie an Rohstoff? Nö. Mal die andere Richtung gucken. Ah, das bist jetzt auch nur noch nie... Ja, sammel mal Cola ein. Ja, ich hab doch grad eingesammelt. Nur hier, weil ich dich halt gesucht habe, hab ich da halt nicht eingesammelt. Mhm. Äh, au. Iron. Fast übersehen, oder? Nur fast, meine Ablauunge. Weißt du, ey, wenn ich Minecraft Let's Play gucke und in den Höhlen bilden, dann ist das für mich immer so langweilig, ey. Ich bin eigentlich ungern so lange in Minecraft Let's Plays bzw. in Minecraft Let's Play in einer Höhle. Wenn du jemandem zuguckst hörst. Jaja. Tja. Was wollten die ja? Echt? Ich geh's gerade wieder raus, nimm mal. Oh, die Höhle ist auch schon wieder zu Ende, ne? Ja, da oben geht auch nicht. Da oben geht auch nicht weiter. Da oben geht auch nicht weiter. Das war Iron. Eins. Ey, ohne würde ich suche jetzt einen Weg. Ich suche jetzt noch einen Weg, der weiterführt. Es kann doch nicht sein, dass es hier... Also Kackhöhlen gibt der. Wann auch schon. Da ist nix. Das ist aber nix. Da oben, da können... Da waren wir glaube ich noch nicht. Und überall schon, ne? Überall Fackeln. Ja, hier nicht. Hier ist auch noch Iron. Oh, da oben. Ah, cool. Oh, nice. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus, ey. Ich guck jetzt. Ich... Lo, alles darf hier. Cool, cool, cool. Geht's hier noch weiter. Hier geht's ziemlich tief und da kommt ein Kripper. Ich versteh auf dich, Iron. Ähm. Die finden nichts zum Explodieren geil. Ey, hier ist auch noch was. Oh, hier. Ja, das sieht schon mal sehr viel besser aus. Oh nein, nein. Ich hab was gesagt und er ist Hörder. Ah, das darf er nicht mehr sagen. Regnen. Müssen wir mal sagen, die Höhle ist scheiße und dann geht die voll weit. Aber egal, hier sind auch ein paar drauf auf dem Weg, bis da ganz hin. Cool, cool, cool. Ich hab schon Level 31 ja. Wo ist den Schaden, ne? Die voll gesunken, aber ich ко noch mal noch schnell zu dir. Voll Rekkie Mucke, tickt raus. Die Folgen geht eben immer schneller um, ne. Ja, ne? Und... und so viel Kohle haben nach mir auch wenn euch die Folge gequallen hat, dann gibt uns seit der Omo, wenn ne, dann doch runter. Schaut auf unsere Chattels vorbei, links in der Beschreibung. Nicht nur auf Spieltrieb, vielleicht auch bei uns. Wäre ganz nett. Und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.